Moin Moin Freunde, machen wir uns nichts vor, wir Genshin-Spieler können zwei Sachen einfach nicht genug haben. Das wäre zum einen das Harz, von dem wir tatsächlich zu wenig haben, und das andere wäre Urgestein. Ja, es gibt zwar immer wieder Möglichkeiten, viel Urgestein zu verdienen, sei es durch Achievement, sei es durch diverse Codes, die mittlerweile übrigens auch auf der Playstation klappen. Also wenn ihr über diese Bonus-Redeem-Code stolpert, ich packe die auch einfach in meine Videobeschreibung, dann können Playstation-Spieler die jetzt auch einlösen. Ja, jedoch wird nächste Woche passend zum Start von 1.1. neues Ingame-Event starten, wo ihr unter anderem eine Gratis-Fischel abräumen könnt. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, gibt es aber was weiteres Neues, und das bringt uns ebenfalls Urgestein. So ist nun nämlich ein kleines Browser-Game veröffentlicht worden, was auf den Titel Schatznotizen zum Steinhafen gehört. Und um das Ganze zu starten, müsst ihr einfach nur ingame auf eure Notizen gehen, beziehungsweise auf eure Ankündigung, und findet hier dann, es sieht so ein bisschen versteckt fast aus, einen Link zur Aktion. Die ganze Aktion wird bis zum 22.11. laufen, und im Gesamten könnt ihr 200 Urgestein verdienen, indem ihr euch täglich einloggt und Dinge tut, und bis zu 50.000 Mora. Ja, die ganze Aktion ist relativ schön aufgebaut, also ihr seht das hier gerade, wie das läuft. Das Ganze ist quasi so ein kleines Browser-Game, wo ihr täglich eure, ja, so Zeitaufgaben macht. Das heißt, es gibt auch so ein bisschen Story, der rumgebaut ist, die ich euch jetzt nicht zeigen kann, weil wir uns das Ganze heute den Start im Livestream angeschaut haben. Aber im Grunde genommen findet ihr unterschiedliche Orte, die sich nach und nach freischalten. Und was ihr dann hier bei diesen Orten tut, ist, ihr habt euren Traveller und schickt sowohl den Grafen oder Zhongli auf Missionen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel den Grafen auswählen, ich glaube, ich kann es gerade nicht machen, weil ich, ja, ich habe heute schon meine Möglichkeiten erschöpft, aber diesen könnte man jetzt auf eine Mission schicken. Diese würde eine gewisse Echtzeit dauern. Das könnt ihr ein paar Mal machen pro Tag, und zurück kriegt ihr dann quasi Lohn. Im Rahmen der Story ist es so verpackt, dass Paimon und der Traveller im Grunde genommen in so einem feinen Restaurant essen wollen und Zhongli und der Graf helfen den beiden so ein wenig. Relativ funny. Ist sehr schön aufgezogen, kann ingame gemacht werden, natürlich sowohl auf jeder Plattform, wo Genshin verfügbar ist. Und das Besondere ist, je mehr von diesen täglichen Sachen ihr macht, umso mehr Belohnung kriegt ihr. Also alleine, wenn ihr die Einführung abschließt, bekommt ihr schon mal 10.000 Mora. Ist jetzt noch nicht so mega viel, aber das, wo es die meisten natürlich darauf angelegt haben, wird das Urgestein sein. Und ja, je mehr von diesen Missionen ihr macht, man sieht das hier, ich bin gerade bei diesem... Also ich habe jetzt hier oben gerade knapp 4.000, habe ich heute am ersten Tag erspielt. Das heißt, ich habe fast schon 60 Urgestein freigeschaltet. Man möchte natürlich im besten Fall alle verdienen, aber ja, ist relativ cool. Das Ganze wird euch dann auch ingame zugeschickt. Ist immer mit so schönen kleinen Entscheidungen auch verbunden. Jedes Mal, wenn ihr einen Ort besucht und da eine Aufgabe macht, kommt manchmal auch so eine Sache wie, ihr werdet vor eine moralische Entscheidung gestellt und je nachdem, wie ihr euch entscheidet, dementsprechend kriegt ihr noch ein bisschen extra Lohn. Es ist ein Event, was in China schon vor, lass mir nicht lügen, glaube ich, einer Woche gestartet ist. Jetzt ist es auch in Europa, weil natürlich die Texte erst lokalisiert werden mussten. Aber wirklich schön gemacht ist es im Game. Ihr könnt es mal so nebenbei, ihr startet eine Aufgabe, lasst 10 Minuten verstreichen. In der Zeit macht ihr irgendwas in der Spielwelt und kommt dann zurück. Wie gesagt, Aktion läuft bis zum 22. Sollte also genug Zeit sein. Grundvoraussetzung ist Abenteuerstufe 10. Auch das sollten die meisten erreichen. Und ja, die Belohnung bekommt ihr dann quasi ingame direkt zugeschickt. Man sieht es hier, ihr kriegt alleine für die erste Teilnahme schon mal 1.000 Mora. Dann hier habe ich schon die 10.000 bekommen, also diese erste Belohnung. Und wie man sieht, vorhin habe ich auch die 30 Uhr Gestein abgeholt. Ja, schaut es euch mal an. Es ist so ein bisschen, ich will nicht sagen versteckt, aber man muss tatsächlich auf seine Ankündigung klicken und dann einmal auf den Link. Aber ich denke, das kriegen die meisten von euch hin. Also lasst euch das nicht entgehen. 200 Uhr Gestein sind 200 Uhr Gestein. Dann ist ein Wish, den ihr öffnen könnt und ja, ich glaube, die können wir alle gebrauchen. Also lasst euch das nicht entgehen.